Major Anderson hat diesen Weg genommen. Das könnte eine Abkürzung zum Treffpunkt sein. Wir sollten weiter. Übergebe Steuerung an Piloten. Aufpassen. Was ist das hier? Dateizugriff. Unbekannt. Was machen wir hier, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken. Das ist die einzige Chance zu überleben. Ash, hier ist Blisk. Komm, over. Hier ist Ash. Was gibt es? Kane antwortet nicht. Ich denke, unser Milizpilot spielt den Helden. Er kommt vermutlich in deine Richtung. Töte ihn. Verstanden. Ash out. Wer ist Blisk? Er ist ein gesuchter Verbrecher in Diensten der IMC. Blisk war für den Tod meines letzten Piloten, Captain Lestemosa, verantwortlich. Wer Are you? Abwe Vegas! Er wurde bei euch, bei euch! Ich bin nervös. Das ist glücklich. Er ist gleich узFP. Er ist einines pizzas. Herr bin. Ein Titan! Ende der Abklasse! Bewegung! Beweilung! Beweilung! Leise die Schirrung! Beweilung! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin von allen Einheiten. Ich brauche meinen Zeichen! Mit dem Dengau kann man loschen. Ich mach dich fertig, Gesetzloser. Zielerfass, drücke vor. Zielerfass, drücke vor. Oh, I cut them! Das ist okay! I'm here, I can just do this to me! Sprengsystem aktivieren! Sprengsystem aktivieren! Sprengsystem aktivieren! Feindheiten zerstören! Okay, du hast was drauf! Und dann so ein echter Kapitel! Und dann so ein echter! Sprengsystem aktivieren! Man fällt da an! Jungen will! Somー! Kirger vonכar! Whelp! Schau mal! LS2 Set sich gegenf Withung! 救anna! Ich ruhe! Kan du es los? Gute Arbeit, Pilot. Ihre Fähigkeiten werden immer besser. Der Lastenaufzug dieser Verladebucht ist eine Abkürzung durch die Anlage. Sie finden das Bedienfeld über ihr Hut. Gute Idee. Danke, Pilot. Attackiere feindliche Infanterie. Wir werden angegriffen. Ohne den Lastenaufzug kommen wir nicht weiter. Ich markiere die Position des Bedienfeldes auf ihrem Hut. Lastenaufzug aktiviert. Pilot, brauche Unterstützung. Warnung! Warnung! Unbefugter Titan in Verladebucht 13 geordnet. Transferiere Titan zur Neuzugweisung. Erscht an Kappa 3. Felde Sicherheitsverletzung. Verladebucht 13. Auf. Roger. Kappa 3 unterwegs. Auf. Pilot, ich kann mich nicht befreien. Cooper.